So, und hier sehen wir wieder zu Minecraft All The Mods 2 Plus. Ich wundere mich, dass mich heute noch gar keiner angerufen hat. Ich meine damit in Discord übrigens, wenn ich überlebe. Jut. Ne, wo ist denn dieses Ding? Ne, ich erkenne das gerade nicht. Okay, Redstone Ofen, Pulverisierers, Egelwerk, Induktionsschmelzer, Kompaktor. Nein, der baut zwar auch zusammen, aber das ist nicht das, was ich will. Rapprizierungsdestillator, das könnte es vielleicht sein. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, wie er aussieht. Äh, nope. Ding muss wie eine Werkbank sein. Superwärter. Ach ne, das ist das Ding. Hä? Willst du mir sagen, gibt es nicht mehr? Wie ist denn dieses Ding? Ich erkenne natürlich auch nirgends die Textur. Ähm, Automat... Workbench... Automat... Google, hilf mir! Ähm, wie zur Hölle heißt dieses Ding? Fly-Click-Assembler? Das Bild sieht richtig aus. Hm. Ach. Ach. Steht hier was zu den Minecraft-Versionen oder so? Ah, klar, Click Assembler. Okay, suchen wir einfach mal nach der Maschine, vielleicht finde ich nur mit anderen Wikis. The Beast-Wiki, Known Bugs, gibt's hier sowas in der History, nope. Oh, der frisst den Stein, der eigentlich nicht gefressen soll von Magical Crops. Das ist auf jeden Fall nicht geupdatet auf den neuen Mod, wie ich sehe vom Namen her. Hey, da steht aber nix drinne darüber. Expanded 4 1.7, ja toll, da steht aber nix über höhere Versionen als 1.7. Click Assembler, Technik-Wiki, aber eigentlich Thermal, gehen wir einmal in Thermal ein, dann haben wir nämlich alles von Thermal Expansion, Thermal Foundation und Thermal Dynamics, weil die hier alle mit Thermal geschrieben werden. Ok, fangen wir mal oben an. Botania, Chisel, Exchangers, Industrial Craft, Thermal Dynamics. Hat nur die Pipes. So sollte es auch sein. Ok, jetzt kommen wir mal da hoch. Also dieses Bild erkennen können. Ist ja wohl eine erkennbare Textur. Ja, ist es eigentlich auch. Aber dieses Ding ist einfach nicht existent. Den gibt es einfach nicht. Was soll denn das? Warum haben wir den denn entfernt? Der passt sowas von toll. Das war ein super Autocrafting-Dable. Der existiert da einfach nicht auf der Version. Ich finde hier so ein bisschen doof. Äh, ja. Ja. Ja toll. Salz. Das ist sogar gar keine Erstellung. Aber ich brauche hier einen Autocrafter, den ich Wasser reinpumpen kann. Dass ich nicht irgendwie irgendeine Maschine brauche, die die ganze Zeit einen Eimer mit Wasser befüllt. Und der hier könnte zwar solche Sachen. Aber, also wenn er das könnte, dann würde er das hier auch anzeigen. Wenn er das mit diesem Ding machen könnte, dann würde er das hier auch anzeigen. Okay, das sind viel zu viele Rezepte. Aber dann würde ich das hier, wenn ich gucke, wie man das herstellt, eigentlich auch sehen, wenn das funktionieren würde. Dass er da einfach nur Wasser reinpumpt in dieses Gefäß. Also funktioniert das so nicht. Also brauche ich irgendwas anderes, was er craften kann. Das hier kann er craften. Weil der hat keinen Input für Fluids. Also kann er nicht so craften. zu achten. Ja, durch diesen komischen Werkbank. Ich sag mal, das ist alles, was man da so findet, wenn man nach Werkbank sucht. Naja, das sind alles keine automatischen Dinger. So automatisch. Ich glaube, da kann sich Crafting-Rezepte irgendwie speichern. Ich glaube, das ist alles, was er kann. Okay, äh, das ist da wieder, um Computer zu craften. Ja, da gibt's ja auch was mit Flüssigkeitsstower. Gibt's ja nicht auch eine Werkbank, die Flüssigkeit irgendwie hat? Kontrollblock-Matrix, Flüssigkeitsmatrix, Bauplan-Matrix. Das ist ein Portable-Grid, also was ist generell in dem Sinne ein Grid. Hä? Sieht für mich gerade aus, wie die Funk-Matrix nur eben größer. Wait. Das, das, das war aber anfangs nicht da. War aber anfangs nicht ne Mod-Pack, das wäre mir aufgefallen. Warum kann ich das nicht upgrade? Okay. Punkt-Matrix. Punkt-Fertigungs-Matrix. Aha. Ist das nur das Ding, oder? Ah. Ist das nur das Ding, oder? Ist das nur der Kontrolle auf dem Ding? Ja, das ist nur das Ding. Okay. Das ist nichts, wo ein Werkbank gleich mit drin ist. Das, weil das Fluid-Ding, was ich hier habe. Ach so, das ist nicht der Kontrollblock. Das ist der Kontrollblock. Ja, das ist dann einfach, äh, wie das Fluid-Ding, was ich hier habe. Äh, da die Flüssigkeits-Matrix. Das ist das dann im Endeffekt. Dann halt auch nur zum Mitnehmen. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie man da Flüssigkeiten dann rausholen soll. Das bringt ja dann eigentlich so gar nichts. Und da gibt es in der Flüssigkeitsschnittstelle, glaube ich, auch keine, keine automatische Werkbank, in der ich Flüssigkeit reinleiten kann. Oder? Wait. Kann... 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 Sie könnte es ja theoretisch. Kann die das? Wenn die das kann, dann mache ich das auf jeden Fall erstmal so... Äh... Das sind aber, glaube ich, weniger Rezepte. Wo kommt Salz raus? So, wo kommt Salz raus? Ich will das Rezept vor Salz rauskommen. Ja, Salz. Ein Wassereimer und ein Topf. List all water. Pool Pot. Hier steht Wassereimer. Hm, okay. Ich will das mal da rein. Wenn ich jetzt Salz herstellen will. Salz. Würde das wahrscheinlich gehen, weil ich noch Wasser im System habe? Nein. Achso, den Topf habe ich ja auch nicht reingeworfen. Das ist aber jetzt, wenn ich Wasser flüssig da drin habe. Wie zur Hölle mache ich das jetzt? Wie kriege ich jetzt Wasser da rein? Ich habe ja eine Flüssigkeitsschnittstelle. Eigentlich müsste man es in die Flüssigkeitsschnittstelle rein pumpen können. Mit so einem Ding hier. Nehmen wir das einfach mal mit. Aber der speichert Strom in sich drin, ne? Speichert der Strom in sich drin, ne? Packen wir daran einfach mal eine Flüssigkeitsschnittstelle und schauen wir mal, ob ich es rein pumpen kann. Flüssigkeitsschnittstelle. Warte mal, kannst du deinen Inhalt überhaupt rauspumpen? Für zum Multidinger. Nein, nein, das kann man vergessen. Da kannst du den Inhalt gar nicht rauspumpen. Ach, warte. Kaputt. Stell dich wieder da hin. Da sieht es, glaube ich, wie ich setze von seinen Einstellungen her. Naja, aber echt. Ist wurscht. Er kann das nicht. Er kann das nicht rein pumpen. Da brauchen wir was anderes. Da hätte ich auf jeden Fall trotzdem eine Idee, nämlich mit einer Dekonstruktionseinheit. Dekonstruktion... Nein, da habe ich nichts angelegt. Äh, was war ich denn für dich? Nein, ich vertreibe gerade. Einmal einem Gold... Wie heißt der? Er war... Fair... Best... Davon. Und... Einmal einen D... ... ... ... ... ... ... ... Destruction-Kern. Ach, warte aber. Also einfach einen Dekonstruktionskern, nenn ich es mal. Achso, und dieses Quarz da, Quarren, Quarren, Einen, da kommen die Egelrei raus. Ah, vier sogar. So, jetzt, äh, nein. Wow, das hat auch noch direkt funktioniert. Das habt ihr gesehen, der hat die Fertigungsmatrix abgebaut. Sag mal, ist der fertig? Äh, okay. Wir brauchen ein paar Ticks dafür, okay. Jo, dann schauen wir mal. Wasser werden wir nicht in Eimerform hier haben. Nope. Eimer. Okay. Dann nehmen wir unsere Eimer mal mit. Füllen da Wasser rein und schauen mal, ob das hinhaut. Ob ich das auf diese Art und Weise da reinhauen kann, ob ich das auf diese Art und Weise da reinfüllen kann. Flüssigkeitsspeicher sollte man genug haben. Ich glaube, da habe ich doch einige gebaut, oder? Ach, keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie viel ich davon gebaut habe. In jedem Fall genug zum Testen, denke ich. Also, was Schlimmste an diesen Gegnern ist ja, die haben einfach gar kein Knockback. Das kann man, also das können wir meiner Meinung nach nicht machen. Okay, schauen wir mal, ob der das kann. Ob der das abbauen kann oder dann ins System flüssig reinpackt. Nein, mein Knopf. Sieht nicht so aus. Teile. Flüssigkeit. Achso, ich muss ja auch Flüssigkeit einstellen, okay. Ah ja, perfekt. Jetzt habe ich hier Wasser drin. Ein Wasser. Kann ich jetzt ein Salz herstellen? Jetzt fehlt ihnen ein Eimer. Er braucht also einen leeren Eimer dafür. Okay. Dann craften wir erst mal einmal. Kann ich es nochmal craften? Da fehlt ihm Wasser einmal, weil kein Wasser mehr drin ist. Und dann will ich das noch ein Eimer. Okay. 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 Alright. Ich will nur, dass er das schneller weg macht. Perfekt funktioniert. Dann kann ich meinen Hebel nämlich auch wieder dahin stellen. So. Wenn ich nicht mehr befürchten muss, dass der immer verschwindet. Und jetzt Salz. Das kann ich mir herstellen. Was ich jetzt aber sagen will, ich will, wie viel Milliliter Wasser habe ich denn da drin? Ich habe 13 Wasser drin, also müsste ich 13 Salz herstellen können. Ich will aber sagen, ich will 13 Salz. Er erkennt das sogar! Warum erkennt er das bei dem? Egal. Ah, er craftet mit 13 Salz. Ist ja awesome. Das funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, das ist ja dafür da, dass der hier oben so richtig schnell craftet. Den bauen wir wieder ab. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Der kann natürlich gerne wieder das Ding abbauen. Das ist lustig. Der ist mit dem System verboten und baut die ab. Dann ist er aber nicht mit dem System verboten, also kann er sie nicht ins System puten. Er zerstört sich in dem System selbst. Er zerstört, er kappt seine eigene Verbindung einfach. Oh, äh, nein. Den wollte ich nicht absetzen. Hm. Was machen wir jetzt noch? Jetzt müsste man gucken, dass das Salz... Die eine Maschine braucht ja permanent Salz. Also müssten wir jetzt gucken, dass die Maschine automatisch permanent mit Salz befüllt ist. Also bräuchten wir wieder ein Fanta-Face. Wieder mal ein Fanta-Face. Ähm, Salz. Er braucht schon Salzwasser, wenn er sich Salz direkt herstellen kann. Dann muss er das Salz nicht aus dem Wasser rausholen. Das ist jetzt mal Vierfache. Jetzt würde ich gerne wissen, kriege ich die andere Maschine denn so schnell jetzt eigentlich her, oder nicht? Mechanism am Auflöser. Warften würde ich ihn wahrscheinlich schon können, also schauen wir mal an. Dann brauche ich jetzt dieses Sulfur-Azed. Wasserdampf können wir eigentlich schnell herstellen. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Dann. Da brauchen wir dann wieder... ...nen Sauerstoff. Also brauchen wir dafür auch nochmal Wasser. Und das hier, was wir noch so... Hm. Das sieht eigentlich alles noch was aus, was wir jetzt sogar alles herstellen. Kann es sein, dass wir jetzt einfach keinen Brine-Tower brauchen? Wegen Harvest-Craft? Weil wir uns Salz so leicht herstellen können? What the fuck? Egal. Weiter geht's zum nächsten Bad Bären. Nicht vergessen. Ciao. Ciao.